Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Victoria Beckham, 48, reicht ihrer Schwiegertochter die Hand zur Versöhnung. Im April haben sich Brooklyn, 23, und Nicola Peltz-Beckham, 27, in einer imposanten Zeremonie das Jahrwort geben. Seither soll zwischen der Braut und der Spice Girls Sängerin jedoch Eiszeit herrschen. Der Grund, angeblich habe sich die Milliarderstochter für ihre Hochzeit gegen ein Brautkleid von ihrer Designer-Schwiegermutter entschieden. Nun scheint Victoria jedoch Frieden schließen zu wollen. Wie Mir, berichtete, soll Victoria über ihren Schatten gesprungen sein und Nicola gemeinsam mit Brooklyn zu ihrer Show im Rahmen der Pariser Modewoche eingeladen haben. Das junge Ehepaar hatte Anfang der Woche bereits ein Faschionevent in der französischen Haupt. Das ist Ganjsham, dann subscribe our channel und press the bell icon und like our video und share with your friends und family. Thank you very much for watching our video. Thank you.